Hallo ihr Lieben! Ich begrüße euch heute Gustavo Moreno Morales. Willkommen! Hier werde ich heute feiern. Ich bin in Göttingen. Ich befinde mich hier in Göttingen. Die Stadt, die ich heute zwei dritten von meinem Leben schon verbringe. Und der Grund heute, warum ich feiern. Es gibt etwas Besonderes für mich. Ich habe heute meine Briefkasten gefunden. Ich feiere heute Alkohol. Es wäre blöd, da ich heute meine 80 Kilometer mit dem Fahrrad gemacht habe. Es wäre blöd, wenn ich jetzt mir Alkohol feiern würde. Ich muss so nah sprechen, weil das ist so laut hier. Ja, so viel, dass ich vielleicht, ja, so viel sage ich heute. Morgen werde ich ein Video machen, wo ich das Ganze erkläre, warum. Was ist der Grund zu feiern heute hier. Es gibt nun eine Auszeichnung. Diese Auszeichnung hat mit diesem Kanal zu tun. Ich bin so glücklich. Aber morgen, also es holen wir ein bisschen Spannung. Also morgen erzähle ich weiter, ja. Morgen werde ich das Ganze erzählen. Mit einem Video. Seid gespannt, ja. Und ich hoffe, dass ihr auch, dass, ja, diese Freude mit mir teilt, ja. Das wollte ich unbedingt heute feiern. Ja, guck mal ein bisschen, wo ich bin. Ja, ich kann auch dazu fragen, wo bin ich? Ja, wie geht es jetzt? Ja, ich kann doch gar nicht mehr sagen. Ja, ich kann doch nicht wiederholen. Ich kann doch wirklich hier, bitte. Ich kann doch sagen, dass ich es nicht da. Ich werde mit dem��ischen Spielerober. Ich wollte hier ringen. Mein Kameramann, mit Robinson, aber leider tut er es nicht. Aber leider ist er nicht geboostet. Oder ja, das hatte leider die Erste Info-Varrey Johnson. Und das hält nicht mehr als zweimal geimpft. Da bin ich und wie gesagt, es geht um eine besondere Auszeichnung. Aber wie gesagt, morgen erzähle ich ganz genau, was für eine Auszeichnung. Aber klar, diese Auszeichnung hat mit meinem Kanal mit Göttingen heute mit Gustavo unterwegs zu tun. Wo kann das sein? So, dann bis morgen. Ciao!